Willst du meine Mutter sein? Keine Angst, Mama. Ich bin dein Freund. Ich will dich nicht wehren. Ich muss dir etwas erzählen. Er kommt für dich, Mama. Er ist nahe. Ich kann ihn fühlen. Keine Angst. Habt ihr die Augen gesehen? Habt ihr die Augen gesehen? Lass deine Batterie auf. Okay, du bist voll. Panik Level 100. Ist doch nicht. Ah! Don't let him win! Mir ist gerade... Meine Maus... Mir ist gerade auf meine Maus entgegen geflogen. So sehr hab ich mich erschrocken. Meine Güte... Hab ich mich erschrocken? Ich bin... Aber... Warum? Wenn wir jetzt...